Die Ökonomie der Menschlichkeit Was ist die Vision, die Mission und das gemeinsame Anliegen? Die Ökonomie der Menschlichkeit als zeitgemäße Wirtschaftsform steht für menschlichen und wirtschaftlichen Unternehmenserfolg. Sie vereint Visionäre aus allen Branchen zu einer großen Strahlkraft. Klar erkennbar, inspirierend und motivierend für weitere Unternehmen. Mit natürlicher Intelligenz, der Freude folgend, zum Wohle jedes Einzelnen und zum Wohle unserer Volkswirtschaft. Damit Menschsein wieder Freude macht. Es gibt sie, doch wo und wie finde ich diese menschlich agierenden Unternehmen? Und wie zeigt sich diese dem Menschen dienende Wirtschaft? Jedes Unternehmen definiert selbst, wie es Menschlichkeit im täglichen Wirken lebt. Durch das Zeigen dieser Werte entsteht Erkennbarkeit und Strahlkraft. Die Erstellung einer zweiten Bilanz, wir nennen es Freudestatus, misst den menschlichen Unternehmenserfolg. Das unterscheidet Unternehmen von rein auf Gewinnmaximierung ausgerichteten Firmen. Sei auch du mit deinem Unternehmen Teil der Lösung. Nutze diese neue Wirtschaftsform, damit Menschsein wieder Freude macht. Das ist eine große Herausforderung, damit wir in der Lage sind, dass wir in der Lage sind,